So, in der Bucht. No-Name-Bucht. Der eine oder andere kommt mit dazu. Die Crew ist fast vollständig. Fast vollständig. Einer ist über Bord gegangen. Fast voll, voll noch nicht, aber wir sind auf guten Weg dahin. Wir werden nachher die Bucht verlassen. Ankern, ist das richtig? Wir werden ankern irgendwo vor einem Restaurant und dann den Abendtag verbringen und morgen kommt wieder eine Meldung von unserer Geist. Ich weiß nicht, wie ich das umschalte. So, geht nicht, aber... So, in der Bucht. No-Name-Bucht. Der eine oder andere kommt mit dazu. Die Crew ist fast vollständig. Einer ist über Bord gegangen. Der holt die Tränke. Fast voll, voll noch nicht, aber wir sind auf einem guten Weg dahin. Und ja, wir werden nachher die Bucht verlassen.